Hallo, ich bin natürlich der Lukas und ich wette, ihr habt mal gesagt, dass ich 95 Prozent von allen Ländefahnen kenne. Also ich soll lieber am besten hier beweisen, wo meine Klappe mich hingeführt hat, dass es möglich ist. Vielleicht muss ich die auch bei Englisch sagen. Manchmal auf deutscher Spie, ja. Österreich. Das ist Phuket, Thailand. Ich glaube, das ist Togo. Ägypten. Peru. Wales. Schweiz. Tschechien. Kamerun. Bolivien. Tunisien. Burundi. Estland. Argentinien. Tadjikistan. Kann es sein? Turkmenistan. Okay, erst der Palsche dann. Joker verbraucht. Scheiße. Das ist was ganz Neues. Ich habe die Sachen gelernt vor zehn Jahren. Ich glaube, so eine Flagge gehabt. Äh, keine Ahnung. Irgendwas Englisches. Kann es sein? Kleine Insel oder ist es? Ist es sogar Nordirland? Kann es sein? Ja. So eine Flagge habe ich nie gesehen. Nordmazedonien. Antarktika. Kina. Weißrussland. Albanien. Luxemburg. Eddie Tapsoba. Burkina Faso. Slovakai. Slovenien. Etiopien. Costa Rica. Ah, du Scheiße. Papua Neuginia. Davon sind drei. Scheiße. Ne. Hab ich noch. Also die Joker habe ich. Wie viel habe ich? Okay, da gibt es drei mögliche. Ich habe nie an um welche das ist. Monaco, Polen oder Indonesien ist das. Ja. Australien. Dänemark. Marokko. Marokko. Norwegen. Armenien. Algerien. Das sind die Scheiße. Nimmst du immer meine erste Antwort? Scheiße, da gibt es zwei Möglichkeiten. Manchmal kann man an die mittlere Sache gucken, was das ist. Jawohl. Wolldawien. Afganistan. Vatan. Wie ist das? Das ist so. Ich bin nicht so. Ja, das ist ein äquatoriales. Ja. Das ist ja. Tokaj. Portugal. Katar. Lebanon. Belgien. Bosnien und Herzegowina. Ja, das meine ich. Hier kann man sehen. Das ist Andorra. Nigeria. Russland. Ich glaube, das muss ich mit Guatemala gehen. El Salvador. Sierra Leone. Das sind die scheiß Inseln, die gehören niemandem, man. Egal, Fidji. Georgien. Ja, die Richtung wieder. Davon gibt es zwei Länder. Weißt du ganz genau, selber. Habt ihr eine Münze? Ich muss werfen. Ich gehe mit Ivory Coast. Falsch. Scheiße. Gabon. Maledivien. Malta. Ja, das ist Töntner. Das ist an Ivory Coast. Scheiße, ja. Ach du Scheiße, welche ist das? Puerto Rico. Falsch. Phares Richter. Bögen. Falsch. Bögen. 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 Macron. Ja, das ist Töntner. Biain. Bögen. Bögen. Salzburgen. Nein, das ist die Dominikanische Republik. England. Kenien. Kenia. Barbados. Honduras. Ghana. Black Stars. Island. Schweden. Wie weit sind wir eigentlich schon? Kroatien. Das sind die Niederlande. Mongolien. Ist das Mongolei auf Deutschland? Lettland. Latvia. Ja, kleine Anwälte. Weiter. Italien. Typen. Japan. Israel. Ukraine. Trinidad Tobago. Venezuela, glaube ich. Was hatten wir noch? Ich denke nur laut. Das Polen. Das Polen. Vietnam. Charles Aranguiz. Chile. Ja, das sind nicht mehr. Ein von den zwei. Muss ich wieder schauen. Berge, die gibt es auch nicht. Ich sage, Ecuador. Bulgarien. Vatikan. Kazachstan. Kolumbien. Kolumbien. Ist das wieder ein Schweizland? Das ist tatsächlich ein Land, oder was? Das ist tatsächlich ein Land? Also, okay. Dann hätte ich vielleicht gehört sogar. Ja, gut. Machen wir zu. Hören wir auch. Madagaskar. Ja, aber das ist gestärkt. Dann haben wir alle. Nicht komplett schlecht, aber... Aber die Hand habe ich auch nie gewählt. Okay, damit bin ich zufrieden.